Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich zeige euch heute vom BOSS das FV500. Es ist gerade in meinem Drobahn-Paket gekommen. Wollen wir es uns zusammen anschauen? Alles klar, dann kommen wir mal mit. Die Camp. Nee, schon. Also natürlich, wir haben wie immer wieder vier hundertvolle irgendwelche BOSS-Manuals in allen Sprachen dieser schönen Erde. Das braucht man. So, und hier haben wir jetzt also das BOSS FV500. Oh mein Gott. Alter, schaut euch das Teil mal an. Das ist so geil verarbeitet. Das sieht so robust aus, das überlebt locker den dritten Weltkrieg. Wenn er denn ausbricht. Okay, was haben wir dran? Wir haben hier die Input-Jacks, den Output-Jack und Expression-Paddle. Wir können das nämlich auch als Expression-Paddle nutzen. Ein Tuner-Out und ein Min-Max-Regler. Und der Regler sieht komischerweise genauso aus wie die Teile, die auf dem Roland Cube sind. Ansonsten können wir hier noch, sieht das die Kamera? Hallo. Hier können wir noch mit dem Schraubenzieher einstellen, welchen Widerstand wir haben wollen, den das Pedal haben muss. Und das ist natürlich ein ganz normales Folgen-Paddle. Also, wenn ihr hier sprecht, ist es ganz laut. Und wenn ihr zurückgeht... Cool. Alles klar, die Demo davon folgt natürlich. Und freut euch drauf. Bis dann. Bis dann.